Der heutige Silberzähner ist auf das Silbergeld aus dem 15. Jahrhundert zurückzuführen. In dieser Zeit war Schwarz die größte Bergbaumetropole der damals bekannten Welt. Rund 85 Prozent des weltweit produzierten Silbers kamen aus der heutigen Silberstadt. Auch die damaligen Geldmünzen wurden aus Silber produziert. Es entstand der Silbertaler. Die Silberstadt Schwarz hat bereits vor circa 15 Jahren den heutigen Silberzähner wieder eingeführt. Seit 2015 ist dieser nun auch für die gesamte Silberregion Karwendel ein aufgemachtes Zahlungsmittel. Besonders von den Gewerbetreibenden in der Region wird der neue Thaler gut angenommen. Die Wiedereinführung dieser hochwertigen Silbermünze dient einerseits zur Identifizierung der Bevölkerung sowie der ansässigen Wirtschaftsbetriebe und andererseits der Gäste der Region. Er verbindet die zwölf Gemeinden der Silberregion sowie die Gemeinde Wiesing. Der Silberzähner ist ein wichtiges Kaufkraftbindungsinstrument für und in der Region und ist eine Stärkung für die heimische Wirtschaft. Die Vorteile vom Silberzähner Die hochwertige Münze kann wie Bargeld eins zu eins eingesetzt werden. Ob als großes Geschenk oder als kleine Aufmerksamkeit, mit dem Silberzähner entscheiden Sie, wie groß der Wunsch ist, den Sie erfüllen wollen. Ob eine schöne Handtasche, Schmuck oder einen prachtvollen Blumenstrauß. Es gibt unzählige Geschenkideen, die sich mit dem Kauf des Silberzähners ergeben. Dönnen Sie sich einen schönen Abend oder ein leckeres Frühstück. Genießen Sie einen Wellness-Tag oder tanken Sie ganz einfach Ihr Auto voll. Es bleiben keine Wünsche offen. Der Silberzähner kann eingesetzt werden wie bare Münze. Als Arbeitgeber können Sie den Silberzähner als steuerfreies Geschenk für Ihre Mitarbeiter einsetzen. Wo der Silberzähner mit einem Gegenwert von 10 Euro erhältlich ist, beziehungsweise wo Sie diesen einlösen können, finden Sie auf unserer Facebook-Seite www.silberzähner.com 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 www.silberzähner.com